Hallo Leute und Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon Quest Builder 2. Ja, wir haben beim letzten Mal hier hinten die Samen geholt. Unsere Tomaten, die wir angepflanzt haben, sind schon wieder hinüber. Oh! okay hier ist nix gut dann porten wir uns mal zurück zu unserem gehen wir erstmal hier hin das noch mal abchecken oh da ist das bild, ah ne boah ladebildschirm ups okay da ist der ork ja ich bin krasser macker ja hab ich schon oh okay so wo sind jetzt hier noch pflanzenstäbe das sind hände da truhe noch mitnehmen ich sammel hier mal schnell alle ein waren da jetzt nicht viele aber so haben wir jetzt wenigstens ein paar aber ich hatte auch schon vorher welche so wo sind jetzt die pflanzenstäbe da gut das wäre dann erledigt kommst du jetzt mit mir in meinen Bauernhof ich weiß nicht so ein ork hätte ich jetzt übelst gerne in meinem team gut 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 ich weiß so Ah, noch mehr Okay Gut Dann suche ich jetzt mal deine Org-Freundin auf Oh, ne neue Anleitung Auch nett Pflanzenstab, gut So, dann muss ich jetzt mal Checken Okay Okay Ich hab wahrscheinlich kein Zuckerrohr, ne Ne, natürlich nicht Das heißt, ich werde wiederkommen müssen Okay Oh Ich will wissen, was hier dieses Ausrufezeichen zu bedeuten hat Oh Was Ja, das ist gerade mein Plan gewesen Was Okay Geil Okay Okay Wie viele? Ah, zehn Wo sind denn die nächsten? Da sind wieder welche Ich hasse das Gut Wieder einer weg Ich glaub drei brauche ich noch Zwei Dann geht er hoch Profi Ist in Ordnung Ich Jage noch etwas Hier sind Zombies Mönch Wir hatten gesagt, dass du wegrennen darfst, hm? Okay Jetzt hört's nicht mehr auf Wo kommen die denn jetzt alle her? Ja, ich hab die 10 Ja Was ist es? Eicheln Er hat seine Eicheln ausgepackt Ja Okay, das, äh, werde ich im Hinterkopf behalten, aber nicht jetzt So, ich glaube, sind hier jetzt alle Dinger erst mal erledigt, ne? Ja, 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 ab, zurück Springen, wiii Hey, Digga, ich bin wieder da Leute, ich check mal eure Herzen ab Wow Ey, jetzt brennt euch aber die Lunte hier, wa? Ja Ja, wer glaubt nicht an mich? Ich bin hier Erbauer und so, ne? Ja, die Tomaten sind wieder Wie erwartet Muss jetzt nur aufpassen, dass ich jetzt nix Falsches hier abschlage Habe ich jetzt den Falschen erwischt, okay? Gut Das heißt, ich brauch gleich hier Pflanzenstäbe So Zuckerrohr Setzlinge Können wir gleich mal wieder welche anbauen Gut Ein paar muss ich aber mitnehmen Gut Was? Wo ist ein Sensenmann? Ah, Sensenmann ist abgehauen, okay Gut So, hier ballern wir dann noch Tomaten hin Ich hab eindeutig zu wenig Felder Mach den Jungen mal platt Ach, verdammt Ich brauch ja Äh 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 Ich bräuchte ja eigentlich ne Fläche mit nem Graben Ich hab total vergessen Total vergessen Äh Äh Dann wird mal nicht frech hier Also hier ist der Knoll Im Gegenteil Knoll Das ist der Knoll Knoll Das ist der Knoll Ja, das ist der Knoll Das ist der Knoll Im Gegenteil Alter, wie lässig das bei ihm einfach aussieht. Gut. Pflanzen wir erstmal hier wieder ein bisschen Kürbis an. Ja, mir geht jetzt langsam echt der Platz aus. Ich muss jetzt gleich mal gucken, wo ich die Tomaten hinsetze. Wobei ich denke eigentlich, da meine anderen hier ja immer fleißig dabei sind, sollte das eigentlich reichen. So, damit sind wir ein paar Tomaten. Damit müssten wir jetzt eigentlich diese Aufgabe endlich fertig haben. Endlich. Ja, ich hab wieder ordentlich reingeballert, ne? Das ist echt mega. Oh. Oh Have a party party rock Ja, danke Gott, dann ist er hier schon fast Sklaventreibung Na, kommt ihr nicht rein? Ja, das ist doch Nein, ich bin schon Geht, ich bin schon Geht, ich bin schon Geht, ich bin schon Geht, ich bin schon Okay So, ich will jetzt wieder rein Ach nee, ich will ja jetzt Hier wieder zu Orkiboy Perfekt Ich muss ja noch einmal die Bonbons da herstellen Kochen Ja, schön für dich, wenn du gerne lutscht, du Ratte Gut, fertig Okay Oh, noch mehr Tomatensamen Nein, mach ich nicht So lässt du dich hier jetzt eigentlich so in die Ecke treiben, Junge Gut Das heißt, hier habe ich das dann fertig Das heißt, ich kann wieder zum Bauernhof zurück Kann mich da jetzt um die Aufgaben kümmern Aber Ja Da ist einer So, was willst du, Pierre? Ja, habe ich das schon gemacht Ja Bleidege nicht unseren Pastor So, Rosi, was willst du? Ja Ja Okay Aber ich habe da schon so viele angebaut Das heißt, ich soll jetzt einfach nur warten, bis sie fertig sind, oder? Wie ist das? Ah, Rülfried Ja, ich habe eine Eichel gefunden Okay Okay Okay. Schaukel? Ich wusste es. Okay, äh... Ich möchte auf... Es regnet, es regnet. So. Du hast fertig. Ja. Ja. Okay. 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 Was ist das? Okay Guuuut Achso, ja. Ich wollte jetzt eine Schaukel herstellen. Ja, eine reicht. Können wir sonst noch irgendwas cooles herstellen? Ja, davon nehme ich auf jeden Fall noch ein paar. Gut. So. Bauen wir mal so eine auf. So, und dann checken wir jetzt mal die Waffen. Was ist das? Trainingstracht. Warum nicht? Topfdeckel. Warum nicht? Sonst noch was? Nö. Oder? Giftnadel. Will ich den jetzt einmal bauen? Kann ich den dann ausrüsten? So, äh. Moment. Ja, Tatsache. Den kann ich jetzt ausrüsten. cool. Cool. Cool, cool. Haben uns umgezogen. Äh, Moment. Ich will einmal Rosi. Alter, wieso ist denn der Regen? Ja, gut. Vom Pegel her scheint das im Video in Ordnung zu sein. Ah, ist merkwürdig das Ganze. Da gebe ich dir recht, Mai Rotti. Äh. Okay, der Baum sprießt langsam. Äh, ist, ähm. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Uff Äh, ja Leute Das war's dann mit diesem Part Wir sehen uns dann beim nächsten Mal An dieser Stelle wieder Bis dahin Ciao Ciao